Guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Holly Kohlmann. Ich habe mir überlegt ein kleines, ganz kurzes Video einzufügen. Machen wir es ganz kurz, ich möchte euch zum Essen einladen. Ich habe für euch, nur für euch meine Lieben gekocht. Es gibt die richtig deftige, schmackhafte Hausmannskost, wenn ihr mal sehen wollt. Jetzt kann ich mir die Pfanne kaputt. Jetzt kann ich die Pfanne kaputt. Ich werde das so schlecht, dass ich jetzt gut lese auf den Jawahme. Ich warte nach. Ich mache die Pfanne. Ich habe den Schmack, weil ich nicht gut lese muss. Ich zeige euch, dass ich hier oben bin. Ich habe den Schmack und die Pfanne. Das war's. So meine Lieben, ich habe hier tote Oma gekocht, natürlich nicht bei der Oma, die wäre zu viel zu ungenießbar, nein, ich habe hier ein Kreuzwurst verarbeitet mit Sauerkraut und schmackaften Kartoffeln aus eigenem Anbau, in meinem kleinen Vorgarten, ja, wie das schmeckt. So Leute, das soll ja nur sein ganz kleines, sehr kurzes Video, wie ich gesagt habe, werden und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, wir sehen uns auch demnächst wieder bei euer Ronny Kohlmann, macht das mal gut, Freund, bis dahin, tschüss. So. So.